hallo und willkommen zurück bei der nächsten folge von arc official nennen wir es wir nennen es arc official weil wir spielen auf einem offiziellen server was tun wir spielen auf einem offiziellen server von moment nitrado richtig krass ja sind die trabe sind schon coole menschen doch doch was hast du denn jetzt für einen plan was willst du machen ich würde ganz gerne ein paar level heran holen so bis wir irgendwann holz machen können und eine kleine holzbude bauen das ist doch ein plan dann mache ich hier ein bisschen fleisch also kein tätsch ne ich will auch kein tätsch ne aber zum leveln halt tätsch kacke ja nee warte am besten auf das holz zeug kannst eventuell schon mal eine kiste machen dass wir die ganze scheiße rein belangen können die über ist ich kann auch keine kiste machen ja dann hast du auch dein ziel arbeitsteilung mein ziel ist grad hier diesen silo töten der weg rennt da war das easy so den haben wir jetzt auch schon mal tot muss schon wieder was essen ja weil nun zu kalt ist und jetzt wird gleich an botten angezogen ja aber wir brauchen ja heizsachen das ist vernünftig musstest du noch gar nichts essen ich hab mir heizsachen geklaut von dir echt da waren noch eine buchse drin ja du hast ja alles hier raus geklaut aber ich hab alles auf einmal gelootet wie ein richtiger produs machen würde gemeinheit ist das normal so ich habe jetzt ein holz wand und ein holz fundament gelernt ja die kiste mache ich auch ja ich muss die ganze zeit ich muss die ganze zeit fleisch fahren weil ich so viel essen muss was mit beeren ja man braucht tausend beeren oder so um einmal irgendwas tolles zu machen ach ja hallo ja du auch hier hä wer ja du nein ok dann bist du nicht hier ich finde es gut dass wir jetzt gegen vier teilen können ich finde es gut dass wir jetzt gegen vier teilen können das ist wirklich schön ja also was wolltest du noch mal sagen so ich gehe jetzt fische fangen glaube ich immer um zu mal eine kleine holzer drin einfach so eben schnell ne also schon mit viel vorbereitung der sich den start einfach einfacher gemacht hat er guckt da ich? indem er meine sachen klaut ne also da stand nicht der name dran der typ war bei uns nicht im try aber da stand der gleiche name dran nein das ist quatsch wer dir das denn erzählt? das hast du aber gelogen nein ok äh christoph wie kommt es eigentlich dass man immer kopfschmerzen bekommt wenn man mit dir irgendwas spielt egal was hm hast du deine fenster offen? nein dann fehlt dir vielleicht frische luft nein ok dann nicht hast du heute schon genug getrunken? äh ja lol jetzt besuchen mich gerade erstmal die Kompis aus dem Wasser kommen die deren natürliche Umgebung sind die denn geladene Gäste? die sind Kompis sind die geladen? das sind so wie Hochzeitscrasher hm 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 also alter geh kaput das stand da auch schon ja was wird es denn da rein tun wo rein in das lagerfeuer gegner oder findest du nicht so nett ok dann tun wir da keine gegner rein oh lol ich hab irgendwas bekommen was es früher noch nicht gab ja ich bin mir durchgelaufen jetzt habe ich einfach so passiert ja richtig krass und jetzt find something to eat ich muss so oft was essen das ist echt heftig kennst du denn viel auch ja ich habe uns eine kleine hütte gemacht mit zwei kisten drin zwei gleich ja dann können wir da alles reintun was wir nicht brauchen quasi gewicht zu sparen ja ich suche gerade hier immer noch äh Viecher zum töten töten tut man aber nicht mal nach den gefühlen gefragt ich werde hier doch nur ein paar dodos oder so finden aber hier ist gar nichts ich glaube ich habe ein dodo bei mir in der nähe soll ich den mal erledigen vielleicht brauchst du mir das zu weiss ich nicht so genau ich auch nicht deshalb frage ich dich hier ist ein dodo soo hier ist ein dodo hier ist ein dodo hier ist ein dodo auch ein dodo der stier stier mit der Spitzhacke oder mit der Axt mit der Spea nein ich meine das Ausnehmen ähm was willst du denn haben was brauchen wir FarmGuard Fleisch, denkst du, äh, mit der Axt, äh, Fingernis. Outfarm. Hier, wie heißt das denn? Leder. Heid. Heid. Heid on you. Du bist doch hier der Deutsch-Klein-Spieler. Nee, ich hab's hier nicht selbst. Hier ist Englisch Main. Jetzt auf einmal. Wurde cool sein. Du bist cool. Danke. Kommt der Sinn des Wandel? Bist du betrunken? Ja. Was hältst du uns davon, wenn wir uns vertreten in Carabaus, äh, Ken? Ähm, wir könnten erst die Hütte machen. Ja, klar. Ich mein, um Carabaus, dass wir nachher, äh, genug Narco-Bären farmen können. Um andere Sachen zu zähmen, um noch mehr Narco-Berries zu farmen, um noch mehr Sachen zu zähmen? Ja, ja, das ist richtig. Okay. Klingt komisch. Oder findest du den Call jetzt nicht so gut? Ganz nett. Danke. Das Traurige ist halt, wie viele Pute ich verliere. Naja. It's bad. Ich fahr mal weiter, hier, Dodos und so, und dann, wer als erstes da an Level 10 ist, macht Heidsachen. Okay. Okay, Level 15 braucht man, glaub ich, sogar. Ja, du brauchst ja keine Heidsachen mehr. Ja, cool. Ne, ich glaub, ich glaub, ich glaub auch echt keine mehr. Das Traurige ist halt, wie viele Pute. Der wärmt sich die ganze Zeit am Feuer, na toll. Ich möchte hier eine Sekunde, der wärmt sich die ganze Zeit am Feuer. Brauchst du davon ein bisschen Miet, sonst klau ich das alles. Na, du kannst es erstmal nehmen. So. Hast du noch Holz? Was, Holz habe ich noch ein bisschen, ja. Kannst du die nachher in der Kiste legen? Dann baue ich erst die Butze zu Ende. Achso, ich hab jetzt, äh... Leute, wie viel Level hab ich gemacht? Level 9, easy. Doch schon? Ja. Okay, okay. So, äh... Hier war auch noch ein bisschen Halt. Wo hast du denn die neue Hütte hingestellt? Ein bisschen weiter Richtung, äh, weg. Wo ist denn weg? Da, wo das dann... Also, äh, wenn du von deinem Haus Richtung Lagerfeuer blickst, da ein paar Meter rein. Oh. Das ist ja nur... Drei Felder. Ja, kommt ja noch ein viertes hinzu. Aber... Das ist doch viel zu klein. Ja, reicht doch für den Anfang. Nein. Ist kacke. Okay, danke. Bitteschön. Dann brauchen wir noch mehr Holz. Ja. Ah, mehr Holz vor der Hütte. So. Weißt du, was das Gute ist? Wolltes Wochenende? Wenn wir sterben... Das macht nix. Ich hab schon die ganze Zeit Urlaub. Haben wir schon ein Bett? Wieso kann ich jetzt ein bisschen reinbinden? Dann machst du ja eh immer, aber... Könntest du jetzt ein bisschen mehr, ja. Ich seh hier nichts. Ja, dann mach mal die Augen auf. Es ist dunkel. So, ich mach das ein bisschen hübsch. So stelle ich das da jetzt hin. So. Ich mach jetzt erstmal ein Lagerfeuer. So ein... Ja. Sing das Lagerfeuerlied. Ich muss auch mal wieder zurückkommen. Ich bin gleich full. Ich muss schon wieder was essen. Ich könnte kosten. Machst du denn den ganzen Tag? Ja, mir ist kalt die ganze Zeit. Da hab ich Hunger. Blut. So, Stone und Tatchboy noch. Oh Gott. Die meisten nämlich poppte. Ach fuck, ich wollte die Folge beenden. Leute. Wir sehen uns wieder, wenn's heller wird. Weil es ist grad mega dunkel und man sieht nichts. Ciao, ciao. 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 Ciao.